Hi, heute machen wir was ganz leckeres. Hühnchen. Bierdose, aber nicht Hühnchen auf der Dose, sondern in der Dose. Ready to rumble, meine lieben Freunde. Vorsichtig, das Hühnchen aus die Dose. Von außen knusprig grillen. Wenn das mal einer sagt, ein komplettes Hähnchen in Stangenformen, wir kriegen alles Formen verändert. Transformation vom Flattermann. Salz, Pfeffer, jetzt ein bisschen Limettensaft und haben jetzt eine schöne Salsa. Oh, die alte Siege. Wie mein Freund, ich hab Hunger. Ach du Scheiße, Spaghetti für Arme? Wer war nicht mehr da? Hammer. Das Ding, das püten wir mal bis zur Endstufe. Würstchen der Arme und Gelatine. Ja, das heißt, wir machen jetzt eine Spaghetti-Salami. Wir nehmen das in die Wurst, zack, Gelatine wird gerade weich. Das sollte vegetarisch werden. Ist ja nicht schlimm. Wie man sehen kann, der Prängel ist hart. Ein bisschen lecker mariniert. Das kommt noch ein bisschen links, ein bisschen rechts. Weil ansonsten denkt ihr, der Typ hat einen völligen Schaden. Ja, fummelt nur so ein Hühnchen in eine Dose. Es kann auch noch lecker werden. anchorassemble so ein bisschen rechts Withouthas Wirks. So wird das noch ein bisschen Soupjohn vine,